Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Grass of the Lamp. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht mit Judas in the chest zu kommen. Wir kamen auch bis dahin, aber die Gegner haben es nicht gut mit uns gemeint. Und den Run werde ich eh nie vergessen, denn so viel Müll hatte ich noch nie in einem Run. Und heute würde ich gerne mal die letzte Challenge angehen. The poorest. Ich habe doch ein bisschen Respekt vor dieser Challenge, denn wie immer in der Challenge keine Itemräume. Absolut mieser Damage, also absolut miese Stats. Und wir müssen nicht nur bis zu Satan, sondern wir müssen Isaac besiegen. Ja, das kann was werden. Ich bin gespannt. Und ich hoffe mal auf ein paar gute Items von den Bossen oder vielleicht auch in einem Shop bräuchten wir richtig dringend. So, einmal hier Kacke mitnehmen. Wer weiß, vielleicht ist Geld drin. So, hier und hier. So, weiter geht's. Oh, ein blauer Stein. Den hätte ich natürlich gerne. Wer weiß, vielleicht wird hier der Small Rock drin sein. Nein. Aber zwei Rüstungsherze. So. Was haben wir denn noch hier oben? Und jetzt? So. Relativ angenehmer Raum, wenn diese Spinne hier nicht wäre. So. Na komm. So, jetzt du noch. Schlüssel. Jetzt bräuchten wir ein bisschen Geld. Nein. Geh weg. Und eventuell noch eine Bombe, um diese Kiste zu öffnen. Wäre sehr nett. Da ist sie auch. So, einmal hier aufmachen. Na, hat sich's gelohnt? Schlüssel. Okay, also Schlüssel hätten wir im Moment genug. Und dann würde ich doch sagen, wir begeben uns gleich mal zum Boss. Und was natürlich noch interessant wäre, ob es hier in The Purist auch die Satan-Räume gibt oder nicht. Denn die könnten uns dann auch noch ein bisschen hilfreich sein. So. Einmal du. Jetzt wieder du. Nicht in die erste Reihe hier kommen zu mir. Nein. So. Da hat der Erste seinen Knubbel verloren. Und noch einen Knubbel. Nein. So. Da war es nur noch einer. Und jetzt nicht treffen lassen, wenn möglich. Bäh. Na, komm her. Na, komm. Und da haben wir auch ein HP-Upgrade. Und uns hängt wieder etwas Lustiges im Gesicht. So. Weiter geht's. Ja. Ja, ja, ja. So. Basement 2. Nein. Na, kommt. Habe ich ja eigentlich im ersten Basement Damage bekommen. Ich glaube ja mal nicht. Vielleicht schaffen wir es ja hier auch noch. Ich glaube es zwar mal nicht. so. Einmal hier nach unten. Farbig, farbig, farbig. Gib mir eine Bombe. Nein. Keine Bombe. Würde aber gern in diese Truhe gucken. So. Eine Münze. Und weiter geht's. Ah, fliegen, 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 fliegen. Eine Bombe. Einmal kurz hier sprengen. Klar, ich könnte mir jetzt auch das Geld mitnehmen. Aber wer weiß, was hier drin ist. Wow. So. Nein. So, jetzt du noch. Eine Bombe. Könnte ich mir vielleicht doch noch das Geld holen. Und ja, ich muss hier reingucken. Ich muss es. Denn es könnte ja auch ein Item drin sein. Nein. Zweipel. Badgas. Super. Super, super. Äh, ja. Dann haben wir hier oben noch einen Raum. Oder vielleicht auch zwei. Oh, sehr angenehm. Oh, nicht sehr angenehm. Das war unangenehm. Na, möchtest du wohl. Dankeschön. Fliegen, fliegen, fliegen. Wow. Die Fliege hatte gerade Extreme. Noch ein Herz. Da wäre ja schon fast eine Blutbank interessant. Oh. Shop. Shop. Ich komm bald. Nein. So, jetzt einmal hier. Einmal hier. Und du auch noch. So, dann hole ich mir wirklich noch kurz die Münzen. Moment, hier haben wir noch einen Raum. Oh, den hätte ich ja beinahe vergessen. Uninteressant. Wirklich uninteressant. Ich möchte einmal erst hier reingucken. Oh, die Nonnenmütze. Ich glaube, ich nehme sie mir mit. Ich hole mir mal kurz noch die restlichen Münzen. Hier müsste ja irgendwo noch ein Nickel rumliegen. Und zwar genau hier. So. Denn vielleicht bekommen wir wieder so ein schönes Buch. Oder keine Ahnung. Irgendwie ein schönes Item. So, jetzt kommen wir mit. Oh, wir sehen traurig aus. Isaac, bist du traurig? Könnte gut möglich sein. Wir gehen zum Boss. Oh, Gimini. So. Einmal kurz anfurzen. Und ich... Hätte ich mir doch meine Bombe aufgehoben. Hätte ich sie mir doch aufgehoben. Und mir fällt gerade ein, das ist das erste Mal, dass ich hier Bad Guess für einen Gegner eingesetzt habe. So, jetzt kommst du noch. So, bleib mal da schön stehen. Nein. Na, komm her. Au. Ich hasse es, wenn sie so doof umherfliegen. Und einfach mal weggekickt werden. Wenn man es braucht, machen sie es nie. Wenn man es nicht braucht... Genau das meine ich. Genau das. Ah. Lästiges, kleines Ding. Und wir bekommen ein Range-Up-Item. Und ich hoffe mal auf ein gutes Item hier drin. Money is Power. Ach, komm. Scary. Die Kühler-Grill-Fresse ist wieder unterwegs. Und geht in die nächste Ebene. So. Dann können wir... Moment mal. Ich hätte mir noch ein bisschen Kohle mitnehmen können. Ach, fail. So. Aber zumindest können wir mal fliegen. Und haben hier die Spectral Tears. Könnte schon mal ein kleiner Vorteil sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich hätte mal die Brille auch noch mitnehmen sollen. Was haben wir denn hier? So. Und einmal hier. Zweipeln. Friends till the end. Pretty fly. Drei Münzen. So. Und jetzt darf ich im Prinzip wieder zurückgehen. Und sterben, oder? Ne. Ein halbes Herz haben wir noch. Oh. Wie großzügig. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. Oh. Der. Oh Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Schlüssel. Äh. Möchte mir nicht gefallen. Boah. Der war zum Beispiel schon richtig knapp. So. Na komm. Äh. Ich bräuchte mal ein Herz. Ich wäre ihnen sehr dankbar. Ja. Genau sowas. Und weiter geht's. Nämlich. Der Bettler. Na komm mal her du. Gib mir mal ein HP Upgrade. Wow. Das nenne ich doch mal prompte Bedienung. So. Da haben wir unsere HP Upgrades ja fast wieder drinnen. Und was haben wir denn hier? Nämlich. Oh. So. Jetzt bräuchten wir noch ein Damage Upgrade. Wäre richtig gut. Oh. Na komm. Komm schon. Komm schon. Und jetzt du noch. So. Jetzt ihr. Oh. Da ist wieder ein schneller dabei. Ah. So. Da wäre der schon mal runtergekloppt. Und jetzt ihr erstmal noch. Nummer zwei. Ah komm. Oh Gott. Dieser Damage. Gebt mir mehr Damage. Oh. Da kommt mir immer einer zuvor. Immer. So. Da haben wir zumindest schon mal einen. Ja. So. Und jetzt du noch. Komm. da 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 da. So. Jetzt noch ihr. Und da war es nur noch einer. So. Dann geht es weiter. Was haben wir hier rechts noch. Nichts schönes. Ich sag noch. Au. Nichts schönes. Gebt mir doch ein Damage-Upgrade. Ich habe es nötig. Schlüssel. Au. Ne. Und wieso stelle ich mich eigentlich nicht hier hin. Und wieso stelle ich mich eigentlich nicht hier hin. Wieso? Ich habe doch meine Spectral Tears. Und ich bräuchte noch eine Münze, um in dem Shop eventuell was abgreifen zu können. Denn ich glaube nicht, dass ich das Glück habe, hier ein vergünstigtes Item zu bekommen. Aber ich komme an keine Münze mehr. Die Pillendose. Eine Bombe. Puh. Hm. Komm. Gib mir eine Münze Feuer. Nein. Dann würde ich aber sagen, wir werden die Sachen hier drinnen lassen. Klar, die Pillentasche wäre schon interessant. Eventuell um HP oder Tears Upgrade zu bekommen. So. Hier war ja keine Münze mehr. Nein. So, dann würde ich sagen, wir gehen einmal zum Boss. Vielleicht bekommen wir ja die Box oder so. Wobei ich das nicht möchte. Ich hätte dann doch gerne mal ein Damage Upgrade oder ein Tears Upgrade. Und wir bekommen Chub. Chub, 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 Chub. So. Na, komm mal her. Bei dir mache ich es mir jetzt wieder einfach. Und zwar stelle ich mich hier hin. Auch wenn das ein bisschen länger dauern könnte. Oh, na komm. Ich werde mich hier einfach immer schön in den Steinen verstecken, wollte ich sagen. Nein. Nein. Na komm. So, einmal hier schön ins Kreuz geschossen. Nein. Oh, der war knapp. Nein. Oh, Mann. Überlebe ich diesen Bosskampf. Ich weiß es nicht. So. Na, komm schon. So. Na. Ist es noch nicht langweilig? Hervorn und zu Chub. Na, komm her. So. Es könnte ein wenig dauern. Hier den. Oh, Mann. Der Damage fehlt. Der Damage fehlt. Oh. Das war doch mal heftig. Da bin ich gerade noch so mit dem Leben davongekommen. So. Geh doch endlich sterben. Dankeschön. So. Ein Herz für uns. Und hier hätten wir auch die Pillentasche. Mal sehen. Dreimal die gleiche Pille. Full Hals. Full Hals. Okay. Kelepils. Hm. Dann nehme ich mir mal eine mit. Und weiter geht's. Ist zwar jetzt nicht das beste Item, das wir bekommen haben, aber... Ja. Ja. Ja.